Die DDR mit Treu, mit Kiesche, mit Dörner, mit Weise, Weber, Schade, der also doch spielen kann, mit Komerenke, für den diesmal gesperrten Lindemann, dann Heffner, Riediger, Sparwasser und Kostmann. Das ist die Elf, der Trainer Georg Buschner sein Vertrauen schenkt. Und wir wünschen dieser Mannschaft das Beste. Das ist die Elf, der Trainer Georg.